Liebe Silke Hinteregger, diese Nominierungen waren nicht ausgewacht. Aber ich habe trotzdem eine Überraschung für dich und hoffe, dass es dir gefällt. Nominieren tue ich dann noch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ein paar Kleinigkeiten gab es noch zu verbessern, Slowenisch-Schwein, und warum, den habe ich natürlich nicht ohne Grund gespielt, ich werde jetzt nämlich drei nominieren, drei alte, junge, bekannte, nämlich den Neitz Patznik, den Primus Zwir und den René Koller. Und ich hoffe, dass ich was höre von euch, das bestimmt natürlich was Gescheites. Danke, macht es gut dabei und gesund bleiben.